Wie denn? Einfach mit Q. Ne eben nicht. Doch das geht. Wird ja da stehen, geht aber nicht. Setz dich mal als Family. Ach sind sie schon? Ja. Dann mit Rechtsklick? Dann wenn du im Baumenü, Baumodus bist, mit Rechtsklick glaube ich. Ja dazu brauche ich erstmal was zu bauen. Ja, hast du doch die ganze Zeit oder nicht? Jetzt gleich wieder. Ok. Ich weiß gar nicht was wir mit dem Eisen anfangen wollen ey. Gar nicht. Wir brauchen gar kein Eisen. Ja doch um Charcoal zu machen. Ja genau. Wir brauchen Eisen um Charcoal zu machen. Das hört sich echt schon dämlich an. Das ist echt noch ein bisschen doof an dem Spiel finde ich. Du hast ja super platziert hier. Den Bogen. Was? Ja. Ich hab da einfach mal reingepackt. Naja. Kann man hier wieder abholen. So. Ich hab hier jetzt Öl, äh Öl, ich hab Charcoal und ich hab vergessen. Gib mir mal das Zeug. Warum hab ich nur einen Charcoal? 33. Okay. Puh, ich dachte schon. So. So. Und jetzt kann ich mit dem Zeug nämlich zusammen Steel Compound machen. 33. Und daraus kriegen wir dann genau drei von diesen verdammten Stahlballern Dingern. hier und dann kriegen wir eine Steel Axt. Kann ich nicht mal gucken wieviel die bringt. Ja wie teuer die ist vor allem. Wie teuer ist denn die? Ja warte, kann ich gleich jetzt gucken wenn das fertig ist. Achso. Zeig dir gleich. Ich hoffe nur einen Steel weil dann können wir es uns alle leisten. Ne ich brauch hier eh keine. Achja du brauchst deine Spitzhacke genau. Ja. Wenn er eh nur um Steine sammelt. Alter die Spitzhacke Steel braucht sechs. Das ist ja gerade eklig. Steel Headshot braucht drei. Und die Einhändige nur. Zweihändige braucht sechs. Oh. Dann mach ich mal eine Einhändige. Alter ist das krank. Das ist ein bisschen übertrieben aber gut. Was solls. Irgendwas haben wir. Irgendwann haben wir was. Und trotzdem brauchen wir eh nicht gegen die Lulis. Ja und wir brauchen mehr Eisen. Ja ich bin dabei. Ich bin dabei. Hab wieder 700 im Inventar. Wir wollen keinen töten. Pfff. Langweilig. Alter Lulis. Naja. Was können wir hier noch so bauen. Guck mal der König rechtfertigt sich vor so nem Dude. Ja. Nein. Es schreibt nur auf das Königsbefehl. Steel Cage. Krasse Sache ja. Was ist hier alles für. 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 Cages gibt. Was ist das? Ah es gibt noch was zum Captchern. Damit geht das wohl noch besser anscheinend. Warte mal. Ich probier das mal. Das kostet auch nur 6 Iron. Vielleicht ist es auch größer. So so ne Handschellen irgendwie. Warte mal. Vielleicht geht das auch schneller. Wo bist du denn gerade André? Hier hinten im Wald. Okay ich versuch mal dich zu fesseln. Das ist jetzt halt so ein Stahlding. Vielleicht kann er da auch nicht mit diesem Stein nur empfliehen. Ja wahrscheinlich. Ja ne das dauert eher länger. So ne Stahlkette halt. Ja. Hm. Wahrscheinlich kannst du dich dann einfach nicht so schnell befreien. Mhm. Oder gar nicht. Langweilig. Wie kann ich dich jetzt wieder freilassen? Da. Und frei. Ha ha ha. You could pet the force released. Okay. Oha. Der Florian wird zu wissen. Was denn? Nicht so. Geht's ab jetzt? Mhm. Geht. Oh. Krieg. Yay. Krieg klingt gut für mich. Schon mal etwas ne? Ich hab richtig viel von dem scheiß Stoner. Egal. Los was los. Stealing jetzt. Ich entscheide es noch. Okay. Na gut. So komm. 3. Jetzt bauen wir uns so ne krasse Axt. André willst du die krasse Axt haben? Ja. Okay. Du bist ja am meisten am sammeln ne? Ja. Ich will sie übrigens mal ausprobieren und zeigen wie cool sie ist. Gegen die Hacker? Welche Hacker? Sieben. Okay. Die ist ja winzig. Warum kostet die denn so viel Skil bitte? Mit einem Schlag 13. Zählen? Ja. Ja. Das geht fast. Das. Alter. Okay. Baum weg. Ha. Baum weg. Ha. Baum weg. Okay. Läuft. Hiermit geht das nen tick schneller. Es hätte noch so ne zweihändige gegeben aber da hätten wir doppelt so viel Stil gebraucht. Die zweihändige war ja nicht so gut beim Iron ne? Mh. Mh. Axt liegt hinter dir André. Mh. Dann mach ich uns mal Iron Sachen Jan ne? Iron haben wir eh genug. Oh jo. Willst du die zweihändige Axt oder die einhändige? Ist mir vollkommen egal. Ja aber welche fandst du besser? Ich glaub die einhändige ne? Bei der Axt ja. Okay. Bei der Schwitzhacke hab ich nicht ausprobiert. Ich glaub da hat sich zwei händige besser bei der Schwitzhacke. Meine Ahnung. Ich weiß nicht. Das Ding bräune ich mir. Das Ding ist für Jan. Oder? Warte mal. Ne. War falsch. Das Ding ist für Jan. Das Ding ist für mich. Iron pick X aber zwei. Aber wir haben nicht mehr. Ich hab nicht mehr genug. Wurde. Okay. Äh. Okay. Das Ding. Hier noch irgendwo ein. Da. Kann auch weg. So. Ja. Ich mach mir jetzt mal ne Rüstung. Das Holz. Ja. Warum nicht. Willst du auch ne Rüstung André? Nö. Wenn ich eine brauche ich mir selber eine. Du hast doch gar kein Iron dafür. Brauch ich nicht. Du brauchst kein Iron für eine Rüstung. Ne. Okay. du hast keinen Iron. No. Nö. Jan will auch keine haben. Warum will Jan keine haben? Ja. Weiß ich nicht. Weil ich hab das Gefühl. Jan will keine. Ah so. Mhmm. Dann brauch ich halt keine. Oh. 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 Was soll das? Oremos. Franck amitzbar. Oh Mann. Also warum? 50 eisenbahnen für jenen der dem könig und seinen männern im krieg falle eines kriegs hilft ich will lieber stahl möchte oha chris nebel ja aber mit dem soll sich anlegen ja mit dem ich schon auch getroffen dieser eine der möchte geschrieben hat er ist genau in unserer nähe als ob die sie mit uns annehmen er gibt kein krieg mit gegen willst du jetzt eine rüstung oder war das ernst gemeint andrei ne ich will keine warum auch keine wo ist er im ort ja gar nicht er sieht aber einfach hübscher aus ja zack ja welche banditen denn ach hier sitzt ein tor drin und was ist das dann hier für ein bereich eingangsbereich ok und was kommt hier vorne rein gar nichts türen naja wir müssen tür rein weil das ist das tor was du meintest naja ja aber türen sind doch scheiße die tür nicht mehr zu jetzt es war ein billiges tor oder ja einfachste ok müssen wir später setzen jan ich habe noch deine sachen hier ja ich komme nicht obwohl ich brauche noch ein bisschen holz ich gehe noch ein bisschen holz sammeln sonst wird das ja nie fertig das haus welche banditen denn ich weiß auch nicht ich treff das scheiß ding nicht das war es mit dem baum der ganze wald ist gleich weg ja das ist ja schon da wächst dann ja mal was hoffen irgendwann mal ja ist irgendwo schon ein baum nachgewachsen also nicht dass ich wüsste ich soll irgendjemand mal einen server restart machen und dann ist aber alles weg unser haus fliegt so plötzlich war und darunter viele bäume sind nee das haus ist einfach weg da sind einfach wieder bäume das wird mich ja nerven naja das mit dem banditen haben oder ist florian ein bandit frag mal welche banditen frag doch mal ich würde es auch kennenlernen es wäre interessant zu wissen ich bin grad am eisenfarm achso ich dachte du wärst wieder hier ne der ist nichts pack mal pack dir deine werkzeuge in die in die truhe jo danke so wir wollen wir gar nicht antworten ne hm sieht nicht so aus auf jeden fall oh ich hab gleich wieder einen stahl ich zocker freunde gaming oh fast zwei ey krass was fast zwei stahl schon wieder oha ich glaub's nicht na ich auch nicht jetzt regnet das schon wieder andere wir brauchen langsam mal ein dach überm kopf na ich auch du wirst nicht kann my lord die holzvorräte sind erschöpft sire ja das auch komm wieder da ok deine sachen sind in der truhe da die gleiche? ja im tor da wo ist das tor? yeah zwei stil kannst gleich mal die öfen wieder befüllen jo jo brauchst du ein paar steine? ne ne ok ach brauchst du eher holz fällst du da oben ein baum oder wer ist das? ich hab 1000 Album andré bist du das da oben? ne ich da kein baum äh gut dann klaut uns jemand unsere bäume ja das ist der nachbar fejan lass uns mal alle zu dritt holz sammeln sind über sind 团 Ach ja, diese Holzsammlerei ist echt anstrengend. Stimmt. In der Tat. Jeder sammelt jetzt 5.000 Volts. Oh, 5.000. Keine Steuern, das ist eine angenehme Veränderung. Echt? Doch, wir haben noch 5%. Du lügst einfach. Ja, ich weiß. Boah. Aber ich wollte nochmal was in Stormhold zitieren. Ja, hab ich gedacht. Hab ich genommen, mein Herr. Alter, der Baum, der slidet hier durch die Gegend und fällt nicht um. Super. Hab ich komplett gekloppt. Ich hab mal wieder Eisen nachgelegt. Ja, gut. Ja. Was ist jetzt?